Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Far Cry 4. Und wie versprochen, in dieser Folge werden wir uns mal einem Aussichtsturm widmen. Den ich in der letzten Folge noch markiert habe. Jihau! Und dann fliegen wir da mal hin. Sehr schön. Und weiter geht's. Jihau! Ähm, ja. Das ist der hier. Und dann hätten wir noch Jogi und Reggie. Oh, ich weiß, was da kommt. Naja, schauen wir mal. Perk haben wir auch Missionen. Das ist, wie gesagt, ein zusätzlicher Inhalt, auf den ich gestoßen bin. Wo ich gar nicht wusste, dass ich den habe. Okay. Ah, und die Aussicht wieder. Jihau! Oh, ein Elefant. Das ist ein Hilferuf. Die Royal Army dringt in unseren Außenposten ein. Die Situation ist kritisch. Ja. Bitte melden! Was ist er denn? Wo sind sie denn überhaupt? Oh oh. Ich sehe gar nichts. Aua! Arschgesichter. Ciao. Shit. Arschgesicht. Shit. 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 Arschlecher sind einfach überall. Das gibt's ja wohl nicht. Aua. Ciao. Ciao. Völlig ungeplanterweise. Mal wieder. Lade nach. Komm schon. Aua, 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 aua. Ciao, ciao. Oha, noch einer. Komm schon. Nicht gut, nicht gut. Arschgesichter. Na, komm schon. Komm schon. Arschgesicht. Alter, gibt's ja nicht. Das gibt's keine Hoffnung. Aua. Wo? Ah, sieh. Okay, dann würden wir mal hier ein bisschen looten. Wie war das? Ich umgehe das. Witzig. Soviel zu dem Thema. Den hab ich schon. Den auch. Den nun nicht. Ich werde jetzt nicht alle looten, aber einige. Durchsuchen. Jawohl. Ich glaub, den kann ich auch noch durchsuchen. Jawohl. Okay, das war ne kleine Action. Ciao. Na also, geh doch. Kann ja wohl nie wahr sein. Ich muss mit dir reden. Komm her. Wer denn? Hey, Bargelu. Das war verdammt knapp. Wer will denn mit mir reden? Meine Güte. Du? Nein. Danke. Bitte. Du? Nein. Danke dir tausend. Nur wegen dir konnten wir den Außenposten halten. Danke für deine Hilfe bei Außenposten. Ja, ich würde ja ko... Jawohl. Das war knapp, mein Freund. Wir stehen in deiner Schuld. Nimm dies zum Dank. Jawohl, aber du solltest mal gegen deine Zuckungen was unternehmen. Vielleicht mal zum Arzt gehen. Ey, überfahre mich nicht. Sehr schön, mein Giro steht da noch. Nein, nein, nein. Iha. Ich wollte ja ursprünglich mal ganz woanders hin. Wo bin ich denn gelandet eigentlich? Jetzt hier? Okay, ich wollte den hier, ne? Nein. 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 Ichiha. Ichiha. Ups. Okay. Alter Schwede, das ist eine Sache in Far Cry Du willst irgendwas machen Und dann Kommt dir wieder irgendwas dazwischen Weiter geht's Na komm schon Die Funk-Türme Echt wahr Ja und du hältst gleich die Klappe Ciao Oh ja Jihau Sehr schön, gibt's hier noch eine Kiste Oh oh Das war nicht gut Hier ist nichts ungewöhnlich Ähm Ähm Wie komm ich denn jetzt wieder da hoch Shit happens Ähm, ich will da hoch bitte Shit happens Oh oh Okay Ich möchte bitte da hoch Scheiße Hä Wie kommt man denn da hoch bitte Ähm Ähm Äh Ich muss ja irgendwie da hochkommen Ah Ähm Abwärts bitte Ja Ui Ui Und tschüss Sehr schön Und dann nehmen wir uns doch doch gleich noch den hier auch noch vor Da hinten Kann auch sein, ich würde die Folge vielleicht ein bisschen zusammenschneiden Gyrokopter Jihau Gefällt mir Mal kurz ein paar Glockentürme abstauben hier Ja 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 Oh oh Er steht da unten Okay Vielleicht kommen wir noch ran Sehr schön Pfeile brauche ich gerade leider nicht Sehr schön Jihau Sehr schön Aber sonst haben wir hier keine Kiste, ne Okay, dann gehen wir mal da runter Oh 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 Nicht gut, nicht gut Na komm Shit Aua Mal gucken, ob ich hier auch wieder rauskomme Und dann gehen wir mal da runterkomme Jihau Geschafft Sehr schön Wo bin ich überhaupt Ach, da bin ich Okay Dann schnappen wir uns doch mal den hier Wenn ich den noch kriege Ich glaube aber schon Oh, wobei In dem Punkt bin ich mir gar nicht so sicher Doch, den bekomme ich Okay Sehr schön Sehr schön Echt wahr Wie gesagt Wie gesagt, wenn ihr es lesen wollt Einmal Pause drücken Oh, Minen Die ich nicht mitnehmen kann Ja, möge Parkern Lichter aus dem Arsch scheinen Ich weiß Halt einfach die Klappe Sehr schön Oh, was haben wir hier Sehr schön Kiste Keine Kiste Gibt's doch nicht Da, Kiste Mitnehmen Sehr schön Einsteigen Kart T Aber halt Keine Honig Da gesein Shit happens Wir hätten hier noch einen Beziehungsweise hier hätten wir auch noch einen Wenn wir schon gerade dabei sind Jihau Dann fliegen wir mal da rüber So kann man natürlich relativ schnell Glockentürme abfrühstücken Wenn denn der Schirokopter nicht verschwindet Oh, oh Wow, 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 wow Wow, wow, wow Na Na komm schon Shit Aussteigen Dankeschön Aua Okay, sabotieren Halt die Schnauze Ja, ja Hui Ah, guck mal da Hab ich was gesehen Sehr schön So Jetzt mal reingezoomt hier Was haben wir hier Beutekiste Ja, ja Ist ja schön Schirokopter Honigdachs Da will ich hin Und zuvor machen wir Hier noch Ach, hier wollte ich doch nicht hin In Fähigkeiten Gehen wir rein Und da machen wir jetzt erstmal Den hier Halt den hier Den hier Und den hier Achso, den kann ich nicht mehr Okay Sehr schön Einsteigen Einsteigen Einsteigen, bitte Ja, ja Ist ja gut Jihau Jihau Das ist nämlich aber keine gute Idee Sehr schön Sehr schön Okay, die Batterie ist fast leer Dann mache ich hier Dann mache ich hier mal einen kurzen Schnitt Beziehungsweise verabschiede mich auch für diese Folge Von Let's Play Far Cry 4 Bis zum nächsten Mal Wenn ihr wieder einschaltet Bis dahin Ciao, ciao Have a nice day Ciao 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 Untertitelung des ZDF, 2020